Liebe Schützen-Schwestern und Schützen-Brüder, wegen der Corona-Pandemie konnten wir zwei Jahre kein Schützenfest feiern. Das war für mich der Grund, diese Schützenfest-Filme ab 1949 bis 2008 zu erstellen. Es sind 38 Filme, die geschnitten wurden. In den Filmen sind 60 Königspaare zu sehen. Alle diese Filme wurden in den zwei Jahren über 25.000 mal aufgerufen. Nun wird es in diesem Jahr wieder ein Schützenfest geben. Zwei Jahre hat uns Corona daran gehindert. Es wird auch etwas geändert. Ein Festzelt wird es nicht geben. Gefeiert wird im Bürgerhaus. Im Außenbereich wird alles aufgebaut, wie wir es gewohnt waren. Ein Corona-Testzentrum auf dem Festplatz wird es auch geben. An alles wurde gedacht. Lasst uns wieder feiern, wie wir es gewohnt waren. Angefangen vom Kommerzabend, über das Vogelschießen, abends die Proklamation des neuen Königs und danach wird schön gefeiert. Dann kommt die Zeit des Grenzens mit allem, was dazugehört. Freitag bis Montag fängt dann das große Schützenfest an. Mit Bierbrunnen, dann der Eröffnungsabend mit Disco, am Samstag der Marsch von der Kirche zum Ehrenmal, danach der Zapfenstreich, am Sonntag der große Marsch durch das ganze Dorf, danach die Parade. Gastvereine werden abends auch erwartet und dann wird richtig gefeiert. Montagmorgen dann das reichhaltige Schützenfrühstück mit Freibier und guter Unterhaltung und abends dann der Abschlussball. Ich denke, alle freuen sich, dass es endlich wieder losgehen kann. Bewerber, den Vogel abzuschießen, wird es bestimmt einige geben. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Vielen Dank.